Savat, deine 90 Sekunden laufen ab jetzt. Wer war letztes Jahr deutscher Pokalsieger? Pokalsieger? Ja. Bayern. Wie viele Jahreszeiten gibt es? Jahreszeiten? Ja. Vier. In welcher Stadt lebt der Papst? In Rom, in der Vatikanstadt. Wer ist aktuell Formel-1-Weltmeister? Lewis Hamilton. Welches Buch schrieb J.K. Rowling? Harry Potter. Wo steht der Eiffelturm? Paris. Wie oft wurde Deutschland Weltmeister? Viermal. Welche Rückennummer hast du? 24. Für welche Band sang Freddie Mercury? Green. In welcher Stadt spielt der FC Schalke? Gelsenkirchen. Welcher brasilianische Stürmer wurde auch Kugelblitz genannt? Ailton. Wie heißt das größte deutsche Volksfest? Oktoberfest. Zwei plus zwei sind? Vier. Wer steuert ein Flugzeug? Piloten. Wie viele Zuschauer passen in die Volkswagen-Arena? 30.000. Welche Sprache wird in China gesprochen? Chinesisch. Wofür steht Pommes Schranke? Was? Wofür steht Pommes Schranke? Keine Ahnung. Ist das der Handballer? Nee. In welcher Jahreszeit sind die Sommerferien? Juli, August. Wie heißt der Bruder von Vitali Klitschko? Vladimir. Wo wohnt der Weihnachtsmann? Nordpol. Wo wohnt der Osterhase? Ja, Osterhase. Hier gönst du. Welche Farbe hat eine Tomate? Rot. Die Zeit ist vorbei. Nein. Hallo. Danke. Tschüss. Du bist der ganze Welt. Mach es so. Die Zeit ist einabbau. Wirklich. 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 Auch immer. Wirklich. Aus. Bähungen. Wirklich. 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 Weilen. Bis zum nächsten Mal.